Hey Leute da, ihr seht mein Kronendro ist fast fertig und wie kann man sie am besten fertig machen aus dem Turnier. Let's go! Falls im Hintergrund was hört, mein Freund guckt gerade Fernseher. Er sagt eigentlich. Irgendwie zeigt mir irgendwas unbekanntes. Wut. Wut... Wut! Wut! Wut. 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 Okay, 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 okay. Ah, no! Oh, okay, okay! Hey, I'm a Draxie! No, gotcha! So, I have to pass her. I have to pass her. I'm a Draxie. I'm a Draxie. I'm a Draxie. Oh! So, I'm a Draxie. I'm a Draxie. Wait, I'll get her back. Oh! 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 Oh, God! Er wird 2 Hits gemacht. Nummer 1 und Nummer 3. Okay, die vorgeschnitten war ich selbst. Ich werde nur einen Kampf machen wegen. Mein Startprogramm dauert 3 Jahre, weil ich 20 Minuten auf der Aufnahme mache. Und bei der letzten Aufnahme, keine Ahnung was vorher rauskommt, war ich mal versehen, wie er mich zum Aussagen hat. Das war ich nicht mal beheben. Ich habe auch gesehen, dass es nicht geplant war. Aber ich habe es auch nicht geplant. So, die Pfeile. So, eine Scharnsache. So, die Pfeile. So. So, die Pfeile. So, die Pfeile. Wir müssen aber warm beisteuern. Kannst du das Zeit? Ja, das machen. Okay, ja. Oh, ey, haben wir das ganze Zamanke? Kaartenehmann. Kannst du das hier? Nein, nein, nein. Ja. kommen wir machen noch ein scroll deck aus von wo ich mein gesetzten armee hoffe nur dass er keine feine hat oder ich sage hat der feinde sie macht es nicht gerne zwölf 5.000 Oh mein Gott, das ist so eine Epic. Ich habe nach drei Jahren wieder meine Epic geschoben. Drei Jahre? Wirklich drei Jahre? Nö, aber... Wenn ich mit jedem Thor-Deck gewinne, werde ich mit Rasierstrom irgendwas anstellen. Oh mein Freund muss leider gehen, naja. Jawoll! Ich muss mich noch auf der anderen... Mein Gefühl hat, dass ich verlieren. Ja, ich muss auch verlieren. Oh nein, du machst nicht so geile Taktik. Das war's! Nein! Hätte ich gefeilt, dann wäre ich jetzt gut. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich muss so ein Zähler. Oh Gott, sechs Polen noch. Black Dach. Oh Gott! Quatschere, Israche... Gut! Oh, Baller! Schneller, sehr schnell! Gut! Der Jephmer ist da. Wir machen Selbstvertraubung. Ja, wollte ich auch. Nein, das ist so. Gott! Oh mein Turm ist weg! Wenn du ein Turm hast, sag einfach Walla, ziemlich böse, ich bin gut Dann gewünscht mal rennen Ich will nicht gewünscht mal rennen Ja, halt doch, wenn du den Turm jetzt noch holen Du solltest nicht schlecht sein Maybe Sag einfach Walla, ziemlich böse, ich bin gut Sag einfach Walla, ziemlich böse, ich bin gut Sag richtig Wir wissen alle, dass du kein Deutsch kannst Hey, was? Sag ja, die Wahrheit Oh, mein Turm ist weg Aber ich glaube, dass wir auch nicht sind Weil meine Hexen überleben Ja, du Ja, die Mach, mach, mach Mach, mach, mach Mach, mach Mach, mach 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 Womit hat mich gerade geschlagen. Weil ich mich gestern gehauen hab. Wer hat sich gehauen? Du bist wie? Jeder Moment, wenn dein Freund kein Track geht, Leute. Ja, wo ich sich beruhigt habe in der Jungle in der Schule. Ja, erfahren wir. Leute, also... Ja, eigentlich müsste ich mich freuen, weil... ich denke, ich mich kein Film anstellen muss. Traust du dich all mit mich spielen zu lassen? Nö. Wenn man zum Beispiel Scheinfirma macht, wo... Scheiße. Scheiße? Oh, die Pfeile kommen gegen mein Lab. Die Weikür gegen... Firespawn. Wenn ich jetzt gewinne, mach ich hier was mit. Nein. Oh. Aber guck mal, Leute. Das wissen nicht viele. Man sieht auch niemals diese Firespolution fest. Showtime! Dann los. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das letzte Jahr, das letzte Jahr. Okay, ich muss warten. Jetzt ist der Mark der Fiese. Jetzt weiß ich wieder Fiese. Es sei denn, der Golem hat noch ein paar... Golem ist ein Riese. Ja. Nein, 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 nein. Wann hast du... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Äh, äh, heute. Ach. 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 Ach, danke. Was? Ich hab mal mit Riese gespielt. Ach. Ach. Warte mal, was hat der Gegner falsch bei uns gemacht? Sepp. Aber kann ich die ganze Skelettarmee damit nutzen? Ich hätte eine Idee. Okay. Okay, Leute. Habt ihr den Schaden gesehen? Ey, guck mal, links. Was ist noch wohl passiert? Ist sie wieder televisiert? Ja, ja. Walla. Telekurserie. So, der schießt. Ich weiß gut, Ami. Okay, der hat einen Sepp. Das wusste ich schon, aber... Pfeile aus Spaß. Feierstein! Lega, das lauft noch, aber ich hab mir gesagt, dass die Fährt echt nicht. Ja, ich hab schon neul auf einmal. Ja. Ja! Das ist nicht ... Oh ... Schildzeit! So ... Schildschmeid! So ... Guck der ja da! Sie ist da ... Ich glaube, sie will wohl arbeiten. So, holt. Wohin geht es an der Wohnung, du mal drauf! Okay, 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 okay. Zusammenfangen. Hier, gerade du. Jetzt geht's ... Drei ... Drei ... Drei ... Drei ... Drei ... Ich muss mich nicht sagen. Mia. Nunia. Sie kommt ... Ich bin ein ... Sie verset ihr. Sie fallen wieder. Ich bin schon ein Freund. Wieso redest du, dass ich schon ein Freund bin? Wie kann ich noch mal in der Sikino? Leute, ähm... Jetzt musst du irgendwas mit Schaum machen. Und da will ich dabei sein. Nein, erst wenn ich verliere. Warte mal, erst wenn ich gewinne habe ich gewinne. In welchen Sinne habe ich hier erkenne heute? Wow. Nein! Ich habe einen Drüch... Hütten aus mir bekommen. Ja! Ich habe meinen Freund für dich gefunden. Spiegel, äh... Lakaimhaut in der Floh und Rüder. Sie sind alle. Ich freue mich nicht so gut. Wie viel Glück muss dieser Hartz-Pier-Finger haben. So viel, dass er überlegt hat. Es tut mir leid da kein Ort aus. Warte mal, ich schaue mir. Warte mal. Niki... Da warst du nur ein bisschen was anderes jetzt hier? Kannst du... Krieges! Ich bin okay! Oh! 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 Hol ein Scheidhorn! Oh! Oh! Oh, Mann! Ich bin nehm! Oh, ich bin nehm! Hast du denn Beweise? Hast du denn Beweise? So, Hexe, hol dir mal diese Scheidhütte. Was ist immer besser? Wenn du blommst aus? Also Obama, der.. der.. der Masler oder Masler... Aber... Entweder ich kann schon Obama. und jetzt sind es sogar noch mehr lecker ein ich hatte noch nicht mal die spiegel auf der rand vertrauen sie mir das ist die erste die erste die noch gut Oh mein Gott, oh mein Gott, I had an idea. Oh mein Gott, I had an idea, Tschusch, Schuss. Komm ich nicht. Ja, wenn ihr euch mal ein Daumen hoch für die sie definiert und noch ein Daumen hoch für mich. Hab ich gehört? Und ja, tschau und ich mache mir was mit Brasil schon demnächst.